Jetzt bin ich da. Und ich bin... Okay. Wo bin ich denn hier? Oh! Hi Steinwagen! Hier ist die Treppe nach unten. Bist du in dem Turm? Jetzt bin ich schon wieder innocent. Das ist traurig. So, da drüben ist der nächste, genau. Haben wir bloß einen Traitor? Ach, das ist wirklich wie ein Pokémon. Ja, wir müssen jetzt einen Traitor haben. Das ist wirklich wie ein Pokémon mit der Treppe. Ich bin hier mit Rayon und ich weiß nicht, wo hier Ausgang ist. Die Musik kommt nicht. Einfach auf die Treppe gehen, das ist ein Teleporter. Er ist in der zweiten Runde. Rayon hat den Weg nach draußen gefunden. Ja, das ist ein Traitor wirklich nicht. Was? Das ist ein Traitor-Shop, was? Ja, ich weiß, ich komme nicht weg. Wie bist du denn? Komm hier, hier ist noch die Treppe. Hier, guck. Ja, ich... Ich, ich, äh... Ja, die Traitor-Shop. Hier rum. Hier rum. Ja, Moment, warte, warte, ich komme hier rum. Wie peinlich. Das war Slay, ne? Ja, Rayon erklärt mir den Weg. Ich bin ganz... Du hängst auf. Wieso ich? Aha. Ich bin unter dir. Hä? Ich bin komplett woanders sitzen. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Wir sind stark ineinander. Du steckst mit dir. Alles klar. Alles klar. Wir sind uns gerade näher gekommen. Alles klar. Wir sind jetzt per Duo. Das ist schön. Oh geil. Wo genau seid ihr denn? Wir waren uns gerade voll einig. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte grad die Waffe wechseln, da fühle ich mich sicherer. Aber nach wie vor weiß ich nicht, wo ich hier rauskomme. Wie? Übrigens, ich bin hier bei Rayon. Sehr nett. Hat mir den Weg gezeigt. Oh oh. Wart ihr im Turm? Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Da spielt sie. Ja. Hi. Hi. Wo seid ihr? Seid ihr im Turm? Hilfe. Wenn wir mal eine Konversation anfangen. Nein. Oh. Seid ihr im Turm? Sind dann auch Grabsteine in deinem runden Raum? Ne. Ein Raum drüber. Wo die zwei Startungen sind mit... Ich glaube das ist nicht okay. Ah, da seid ihr ganz oben im Turm, oder? Ja. Ah. Auch nicht schlecht. Hä? Glaub ich in der Map hier noch nie ganz oben im Turm. Ich habe die Startung geschossen. Ah, die Map hier ist ein bisschen unerklärtig. Ich glaube ich habe keine... Ja, ich habe keine Munizierung. Oh. Scheiße. Er liegt doch Munizierung. Aber nicht für die Wasser. Äh, ich ähm, ich finde... Au, 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 au. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier. Pass auf. Nicht runter gehen. Nicht runter gehen. Oh shit. Es ist. Ja. Nein. Ich lebe noch. Alter. Aber wie gut der Teleporter funktioniert, ne? Also wir bleiben hier oben. Wir campen. Komm, gehen wir in die Statuen. Wir campen. Ich trau dir, ne? Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Was lustig ist, er kann uns nicht beide mit dem Thomas treffen. Da wissen wir nicht wie zwei auseinander. Ich seh... Er sneaks hinter... links hinten. Links hinter der Decken. Ich weiß nicht, ob er sneaks. Er weiß dahinter. Machen wir mal Kugelhagen. Ich bin der Schuter Kind. Da hinten ist Kantam. Ich bin der Schuter kind. Ich weiß weiß gut. Ich bin der Schuter Kind. Ich bin der Schuter kind. Und ganz viel boom. Der Wald sind alle Feinde um. Ich bin der Schuter Kind. Ich bin der Schuter kind. Ja. Ich bin der Bot im Internet. Wenn ich mich mit den Kindern fett. Fuck you. Ohhhhh. Ahную Mann! Das war doch eine weise Runde. Scheiss er keing. Ich hab es nicht da verstanden. Das war bestimmt schön. Ja. Die nächste Runde vom Ski her? Ohhhh. Der Gurken King! Ich mag die Map, die ist retro. Jetzt ist die Map, äh, die Musik da. Die Map da, ja. Ich hab keine Musik. Oh, hallo, Maike. Hi, ich bin passend zu der Map angezogen. Nee. Warte, da mach ich mit. Ich will jetzt darauf sehen, ich will wissen, wie sie aussieht. Ich bleib mir selbst treu. Ich bin Oberfläche, ich will wissen, wie sie aussieht. Hallo. Hier, ich bin hinter dir. Hat jemand zerschneide? Geil, man kann in die Häuser gehen. Oh, ich will auch. Ja, kann man. Das ist cool, das ist cool. Das ist neu. Warte mal, ich hab irgendwo Arceus. Hier die Häuser? Irgendwo hier gibt's Arceus, aber ich weiß nicht. Nee, das ist Traum. Ich will kein Ponys sein, ich will Arceus sein. Ist das hier? Ich will Arceus sein. Hier rein? Äh? Nee, ich will Arceus sein. Ist Arceus. Ah, hier. Greyon, bitte töte mich nicht. Ich bin hier gerade im Player Model Selector. Ja, kann man ins Wasser gehen? Äh, man kann auch gar nicht in die Häuser. Nee, du stehst, wenn man ins Wasser spielt. Kann ich dich reinschieben? Schade. Rayon? Äh? Ah, warte. Ach, da hinten. Rayon? Nein, fuck. Warte gerade, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, dass du mich freust, dass es anders auch geht. Aber lass es, Rayon. Wie geht's anders? Dann mach ich's nicht, wenn du das sagst. Sonst mach ich's, wenn ich's herausfinde. Warte, wo ist Arceus? Ich hab doch neulich Arceus hinzugefügt. Ah. Als Kind. Ah, und da sind Treppen, oder was? Ich finde Arceus nicht. Ja, die Treppen sind Teleporter in die anderen Ebene. The fuck? Von der Skala von der 1 bis 10. Sarah. Ich bug hier fest. Wie sehr ist es dir egal, dass ich die ganze Zeit hinter dir herläuf? Seid ihr alle im Turm? Lol, das ist mir gar... Ah, wer hat's mit der... Ich, ich, ich... Ich weiß nicht genau. Okay, okay, an dieser Stelle würde ich sagen, ich hab jetzt Angst. Weiß nicht genau. Weiß nicht genau. Weiß nicht die Treppe hier nicht, oder? Das ist... Was ist das denn für ein Klump? Maike, Maike, das ist... Okay. Mensch, wie geht hin? Okay, gehen wir. Nein! Ich hab grad Schaden bekommen, was? Ebenso. Lol, was war das? Ich hab grad einfach Schaden bekommen. Oh. Hä? Ich hab grad einfach 50 KP Schaden bekommen. Einfach so viel Grandom. Keiner ist in meiner Nähe. Ich steh hier einfach allein rum. Bei mir hat's auch grad mega gelaggt. Ja. Der laggt. Das lagst. Das ist so scheiße. Ich mag den Skin. Find ich auch gut. Bei dir in der Rude oben, oder was? Oh, hallo, Maike. Wo bist du denn? Hi. Wo kann man denn überall rein? Kann man... Ah. Jede Tür. Jede... Nee, nicht jede. Fast jede. Fast jede. Ich hab schon voll... voll rumgeguckt. Hm, Steinwagen ist bei mir hier. Rechts. Du kannst überall rein, außer in die Ausgänge aus der Stadt. Ah, okay. Hier ist echt ein bisschen creepy so. Find ich gut, find ich gut. Ich hab nichts dagegen. Das geht voll auf die Augen, findet ihr nicht? Oh, ich hab... Boah. Nicht mit dem richtigen Monitor. Oh. Ist ja... Oh. Bist du, Steinwagen? Ach, nö, na. Ich will dich da schießen und dann heißt es nachher hier Steinwagen runter. Der Schneider, los, Wisasam! Nein, wieso? Du hast Wisasam noch zur Schneider beigebracht? Oh Gott. Wir hatten ja immer irgendein Rotz-Pokémon genommen. Ja, natürlich. Aber das ist das Erste, was mir jetzt einfällt. Ach ja, Wisasam ist ja ein Rotz-Pokémon. Du bist ein Rotz-Pokémon. Ein Rotz-Pokémon. Wer hat das Lüster an? Wie viele sind denn schon tot? Wer lebt denn noch alles, bitte? Jetzt sind alle auf einmal, ja, aber wer lebt denn noch? Ja, ja. Wie hab ich gesagt, die ganze... Oh Steinwagen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Na toll. Oh Gott. Oh Scheiße. Ich meinte, oh shit. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Nein, 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 nein. Ich hab keine Muni mehr. Wie lang brauch ich denn zum Nachladen? Ja, geil. Drei Stunden später hat sie nachgeladen. Das wird die Health Station... Das wird die Health Station... Gott, wie die noch im Magazin stricken. Das mit der Health Station war ein bisschen... Ich bin ins Wasser gefallen, scheiße. Geil. Gut gemacht, Chris. Einfach vor meinen auf. Übrigens, kleine Information. Es gibt ein Pikachu-Skin. Ich hab's grad gesehen. Es gibt so viel schönes Kind hier. Ja. Ich bin jetzt doch kein Pokémon-Skin übrigens. Ich bin was geileres. Du kommst nicht mit einem Helikopter. Die finiere geil aus. Richard! Du wirst das sehen, wenn du mich siehst. Okay. Du wirst ihn sehen, wenn du ihn siehst. Aber jetzt nicht viel übernehmen. Wer spricht da? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, Chris. Mein Arschluss. Was? Stein... Steinmark! 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 Oh, das ist schön, das ist schön! Steinmark! Geh weg! Ich versuch's sich nicht! Nein, 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 nein! Guck, 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 guck ganz kurz! Das ist der Schwein! Let's mal stehen, bitte! Ich bin lieb, versprochen! Weißt du, der warfen weg! Was sagen die Traytale Mark? Sprach und schoss! Ja! Da dachte ich mir auch krass! Also, wo ist sein Arsch? Was? Wolltest du denn? Ja, er geht gerade in den Turm runter, weil er den Weg nicht findet. Ah, alles klar! Hast du mich gemotorboot? Ja, aber unten! Ich geh gerade den Turm hoch, einfach mal. Ja, ich komme gerade runter, Rayon. Oh! Hi, Spezi! Okay, dann warte ich für Sniper. Nein! Ich bin ein Helikopter! Nein! Nein, 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 nein! Okay, Spezi geht auch. Alter, als Helikopter müsstest du jetzt eigentlich den Minigun nehmen. Hallo! Nee! Ich bin kein Terranor, sorry! Ach nee, du ja nicht! Das wär ja neu! Hast du die von uns alle getötet in den letzten... Ach! Sind wahrscheinlich alle aus Dummheit Christoph. Das hab ich nicht gesagt. Wo seid ihr alle? Seid ihr alle schon wieder tot? Ray ist es. Wer? Ja! Ich bin innocent. Ich bin's nicht. Slay high? Oh nein! Oh nein! Ich bin's nicht! Oh nein! Ich hab hier Rayon und, 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 und. Steinmagen, das ist, äh... Na ja... Starah! Lebt's eurer noch? Ich hab ne Shotgun. Na, come for the win. Das Spiel hier ist unfair. Ja, das ist verblösen. Seid ihr bloß nicht zu zweit? Nein! Und ihr seid... Doch, doch, doch! Hör's doch! Hör doch keinen anderen! Doch! Die sind überall! Wahrscheinlich ist wieder einer irgendwie still, dass wir denken, dass wir die Einzelnen sind. Wie groß spielt man das? Wenn du mir jetzt danach rennst, ne? Tut er nicht! Was für ein Wunder! Warum sagt denn niemand mehr was? Hast du alle umgebracht, oder was? Ich bin noch da! Ich kann reden! Achso! Wir zwei! Ist doch noch jemand, okay! Hey! Wer ballert? Steinmagen! Hey! Wieso ballerst du mich an, ne? Das ist noch zu zweit sein! Ich bin doch nicht bekannt! Also weiß ich ja nicht! Nee! Wenn alle ruhig sind und Slay und du euch begegnen und ihr sagt, hallo, wie geht's euch? Das ist eine Lüge! Hätte ich doch was erfüllt! Meinesen! Wie Steinmagen nur im Campen ist, ne? Ich campe nicht! Ich hab dich angegriffen! Du mich nicht! Dreckige Camper! Traut sich nicht raus aus Heimelloch! Also das Einhorn ist eh nur Sinn, ne? Ich weiß halt, wie Slay spielt! Ich bin innocent! Ich auch! Dein Magen hat mich angeschossen! Ich mein, wer ist jetzt verdächtig? Ohne Scheiß! Pass mal auf! Ich schieß dich an, ne? Ja! Und ich hab nicht zurückgeballert! Oder? Ich weiß, was willst du nicht? Nö! Aber, warum sagt Slay nicht? Ach Kacke, der schießt dich an, lass aufs Spelmelden gehen! Nein! Ich hab ja nichts mitbekommen! Ich war ja immer schön weg! Und jetzt, wo ich es anspreche? Oh nein! Oh nein! Ich mach nicht! Ich geh hier in die Höhle! Geht nicht okay! Ich komm da nicht rein! Kann man auch nicht! Wahrscheinlich geht's da raus aus der Stadtvorsuch! Keine Ahnung! Die Schade kann ich nicht sein! So einer von euch beiden muss es ja sein! Nein, ich bin's nicht! Ich bin innocent! Aber hier kriegt Blut auf der Wand! Hä? 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 Begründung! Wer war jetzt? Wer war jetzt? Begründung! Ich hab Spezi in die Luft gejagt und mich selbst gleich mit! Ich will jetzt eine Begründung hören, damit das kein Random Kill war! Ja! Da war hier zwei vermischt! Die Traitor war! Jetzt weiß ich immer, dass der Traitor war! Jetzt weiß ich immer, dass der Traitor war! Es gibt nur einen Traitor! Was sind wir bloß zu... Ne, wir sind... Ne, wir waren schon zwei Traitor! Was ist das denn? Der andere war schon tot! Tschüssi! Dann entschuldige dich! Tschüssi! Ah! Was war das denn? Aber du hast halt so Traitor-mäßig gehandelt! Was? Ich hab Traitor-mäßig gehandelt! Hä? Hallo! Was ist das denn? Hä? Wo ist die Traitor? Hä? Hier da unten! Für die Treffer! Das ist... Hä? Okay, dann machen wir jetzt Traitor! Ah! Wieso ist er jetzt tot? Ah, okay! Jetzt baller ich rum und so! Jetzt bin ich kein Traitor! Guck mal! Alter, ich bin Traitor! Er dreht sich nicht mal um! Oh, man kann den ganzen Turm rauf! Ich lauf dir jetzt voll nach, ne? Mach das! Wahrscheinlich ist der selber Traitor! Tschöööö! Wie hier, du lüftest mir nach! Du hast einen Freeshot! Wenn du willst! Nee! Ist auch nicht gut rum! Lass mich nicht drauf ein! Oh, hier liegt ne Leiche! Kenn dich doch! Also nicht wirklich, aber doch! Also eigentlich nicht, aber... Du hattest halt auch noch die Shotgun so aufgesammelt und sagst, ja schön für den Nahkampf und dann kommst du zu mir! Alter, das kann ich doch mit jedem machen! Wer ist das hier? Wer ist das hier? Wer ist das hier? Leute, ich kann ja nicht mit dem Ich anfangen! Ja, ich! Moment, Moment! Warte, 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 warte! Das ist zu schnell! Nein! Alle sind wie ein Ich! Schieß mich nicht an! Nein, Peace! Peace! Uff! Peace! Oh Gott! Sie hat mich beim ersten Mal nicht erschossen! Es ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen! Nein, mein Geflogen! Schreibebertöter! Was? Meinst du mich? Ja! Schreibebertöter! Ach, ich habe jetzt ne Shotgun ne? Für Nahkampf! Wer fühlt sich jetzt angesprochen? Ja! Wer hat es gewusst? Komm her! Also ich bin's, würde ich sagen! Wer ist es? Wer ist es? Ich bin's natürlich! Guck mal, ich habe ne Shotgun für Nahkampf! Guck mal her! Damit komme ich zu dir ran! Guck mal! Alter! Hallo! Die Klischees! Ich sehe schon die Hashtags! Hashtag Klischee! Das läuft mir niemand nach! Ich finde das gut! Das finde ich sozial! Ich werde nicht gern verfolgt! Ich habe mir gerade die Map mal angeguckt! Die ist ja auch echt groß! Ja! Und die ist auch echt brabenträchtig! Ja! 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 Da kann man ja wirklich rein! Oh! In den Turm! Ich bin jetzt bei den Gräbern! Ja! Ja! Ich komme irgendwie keine Etage höher! Und dann liegt das! Wie ist der von hinten drauf? Dann komme ich da nicht rein! Aufgestiegen rauf! Nein! Das ist eine Lüge! Da komme ich nicht auf! Hä? Ich bin oben! Du Dulli! Rauf gehen! Ich verstehe das! Ich bin schon! Das gibt's ja ein Labyrinth oder was? Das ist ja echten Pokémon! Also... So wie ein Pokémon, ne? Anders! Hey! Wie hoch geht's denn hier? Ah! Hele Chris! Hi! Chris ist tot übrigens! Wie hoch geht's hier bitte? Oder werde ich gerade verarschen? Hä? Jetzt bin ich schon wieder bei... Ach hier liegt... Sie! Okay! Wie viel in dem Turm gestorben? Kann das sein? Ich glaube der Shotgun bringt irgendwie wenig, ne? Hey! Wo, 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 wo! Shotgun für Nahkampf! Ha! Er ist netter! Fuck you! Oh! Oh! Wie lange die Shotgun einfach braucht! Soll ich denn jetzt einfach brauche? Was bist du? Ich bin jetzt Klonkommander Cody! Oh ne! Und Slay? Das war sehr unaufbällig! Du so, hä? Hä? Was ist das? Hä? Wieso ist der jetzt tot? Erstens... Das war sau doof! Danke! Jetzt nochmal zur Aufklärung! Und zweitens... Ich weiß nicht, was die Waffe da war, aber die war... Ich hab das Pokémon Center gefunden! Nicht ganz... Der hat das so funktioniert, wie ich gedacht hab, das so funktioniert, aber ist okay! Jetzt bin ich Einhorn Joel! Nützt alles nichts, das war dumm! Hä? Kann ich nicht hoch? Ich bin jetzt... Hallo Einhorn Joel! Ach guck mal, hier kommen wir auch hoch! Echt? Ah ja? Ich bin Klonkommander Cody! Ich bin immer noch für Musik! Hallo? Das ist Fake! Oh, ich dachte, da passiert noch was! Okay, Moment! Ich muss jetzt mal grad hier Musik! So, ich bin am Hausdach! Hallo Schwester Joy! Was haben wir heute? Heute haben wir Samstag, ne? Oh, ihr seid im Pokémon Center! Oh, ihr seid im Pokémon Center! Hallo! Hallo! Nein! Chris! Oh, sie ist auf Rayon! Könnte es laut werden? Du hat Rayon getötet! Ich hab du getötet! Ich bin confirmed! Ja, jetzt läuft das jetzt! Jetzt läuft das! Hallo! 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 Ja, hallo! Hallo! Spitzi! Kennst du die Saturday Night? Nein! 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 Das musst du mal hören! Ist gut! Aber jetzt immer schießen! Nur damit das jetzt alle checken! Tschüss! Damit das jetzt alle checken! Ich hab grad Pokémon Center Boo getötet! Die Traitor war, weil sie Rayon getötet hat! Och, ich wollte grad Vollparty mit Boom machen! Ich hab grad Saturday Night angemacht! Ich hab grad Saturday Night angemacht! Ich hab auch mal ne Umarang aufgehoben! Nur damit du's weißt! Okay! Boom, boom! Dum, dum! Spitzi! Dum, dum, dum! Wenn sie jetzt der Tod wäre, könnte sie sagen Saturday Night! Ja, kenn ich! Aber nein! Es ist Spitzi im Pokémon Center! Ist es oder nicht? Ja, er hat auf mich geschossen! Oh Gott! Dum, 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 bum, 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 bum! Ach man, das ist gar keine gute Mischung! Bei meiner Stimmung und bei der Musik, das ist super! Hier läuft Spitzi! Hi Spitzi! Hey! Hey! Spitzi! Spitzi! Oh nein! Spitzi! Was ist denn los mit dir? Mann! Ich war doch Saturday Night abhören! Kannst du nicht machen! Es ist Spitzi! Es ist Spitzi sicher! Ja, es ist Spitzi! Ach Spitzi! Hi! Schön!